Hallo, hier ist Kathi von Do-It-Yourself-Inspiration. Ich mache jetzt ja hier auf dem Spiel-mit-mir-Kanal auch Videos. Und ich habe jetzt auch noch einen weiteren Kanal neben dem Do-It-Yourself-Inspiration-Kanal. Und der heißt Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club, also ein Kinderclub. Ideen für Kinder, Do-It-Yourself und Bastelideen für die Jüngeren unter uns. Und es gibt Ideen, wie man Spielzeug selber machen kann, wie man leckere, gesunde Snacks selber machen kann und viele weitere Ideen. Aber im Moment sind noch nicht so viele Videos online. Aber die ersten sind schon online. Vielleicht möchtet ihr ja mal reinschauen oder den Kanal abonnieren. Und schreibt mir doch auch hier in die Kommentare, wie ihr den Kanal findet. Da freue ich mich drüber. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!